Ich will mal ein bisschen darüber reden, wie man ehrlich ist, beziehungsweise wie man versuchen kann, andere nicht zu beschuldigen. Denn was ist eigentlich so der Usus? Man beschuldigt andere, um sich selbst besser zu fühlen, um die Schuld von sich selbst zu nehmen. Anstatt dass man sagt, ich bin für alles in meinem Leben verantwortlich und ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was mir passiert. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ganz rational gesehen, ist der oder der schuld oder die Gesellschaft ist schuld oder die Politik ist schuld. Wichtig zu erkennen, was einem selbst hilft, weiterzukommen im Leben und sich nicht mit diesen Schuldzuweisungen, in diese Schuldzuweisungen zu verstricken. Was da hilft, ist einfach für alles. Das heißt, egal ob es jetzt rational die Schuld von dem anderen oder die eigene Schuld ist, für alles die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man für alles die Verantwortung übernimmt, dann weiß man irgendwann, dass das, was passiert, in der eigenen Kontrolle liegt, weil man selbst dafür verantwortlich ist. Wenn man andere beschuldigt und man ist in einer schlechten Situation und macht andere dafür verantwortlich, dann heißt es ja auch, dass andere ihr Verhalten ändern müssen, damit du wieder in eine gute, positive, glückliche Situation gerätst. Und genau das ist das Fatale dabei. Wir geben unsere Macht ab an andere, an die Gesellschaft, an unsere Umstände, an unsere Umwelt und haben das Gefühl von Ohnmacht und haben auch deshalb keine Motivation, irgendwas anzugehen, weil wir denken, es bringt doch sowieso nichts, die anderen sind schuld, die anderen haben es in der Hand. Anstatt zu sehen, dass man für alles selbst verantwortlich ist, dass man das Leben, was man jetzt hat, ist komplett aus eigener Hand entstanden. Es ist immer die eigene Handlung und die eigene, vor allem die eigene Interpretation von Dingen, die es am Ende, und die Bewertung, die am Ende dazu führen, wie man im Kopf die Welt sieht und wie man die anderen sieht und wie man sich in dieser Rolle oder in diesem Konstrukt sieht. Deshalb ganz wichtig, immer sagen, ich bin dafür verantwortlich, was hätte ich besser machen können. Nicht verwechseln mit sich selbst fertig machen dafür. Sich selbst fertig machen dafür heißt, dass man die Realität nicht erkennt, heißt, dass man nicht erkennt, dass Fehler zum Leben dazugehören. Und es gehört auch dazu, mal die falsche Abzweigung zu nehmen. Und wenn man sich dann dafür fertig macht, dann lebt man genauso in einer Illusion. Denn der Illusion, dass alles perfekt sein muss. Und wenn man sich dann dafür fertig macht, ist es auch keinem geholfen. Sondern ganz rational zu erkennen, okay, ich übernehme die Verantwortung und erkenne rational, was hätte ich besser machen können, was hätte ich nicht besser machen können. Nachdem man die Lessen gelernt hat, sozusagen, geht es weiter, ohne dem nachzutrauern oder Ähnliches. Und das Wichtige dabei ist natürlich, dass man aufhört, andere zu beschuldigen. Man hört auf, schlechte Energie mit anderen zu teilen. Man hört auf, in Streit mit anderen zu geraten. Was generell dich selbst glücklicher macht und vor allem deine Umgebung glücklicher macht. Und wenn man mal mit anderen redet oder wenn man seine Meinung sagen will, das heißt ja jetzt nicht, dass man immer auf hier lieber Mensch tun muss und wenn man in sich was Negatives trägt oder eine Wut trägt, dass man die dann nicht mehr rauslassen darf. Nein, man kann aber Wut und Hass und Groll und negative Emotionen rauslassen, ohne andere zu beschuldigen. Und zwar ganz einfach, indem man nur wiedergibt, was in einem selbst vorgeht. Man kann zu jemandem sagen, ich fühle mich so und so und ich denke, ich fühle mich so, weil du das zu mir gesagt hast. Also man bleibt quasi bei sich selbst. Man sagt nicht, du bist blöd, du bist ein Arschloch, weil du das gemacht hast. Sondern du sagst, ich fühle mich gerade so, weil du wahrscheinlich deshalb, oder ich bin mir ziemlich sicher, weil du das und das gesagt hast und ich will einfach dieses Gefühl, weil es was mit dir zu tun hat, mit dir teilen. Ich will, dass du weißt, wie ich mich fühle, wie es in mir aussieht. Und man kann das auf eine Art und Weise sagen, völlig befreit vom Ego, ohne andere Menschen dabei zu beschuldigen. Und andere Menschen werden merken, dass es auf so eine Art und Weise gesagt wird. Und sie werden sich nicht angegriffen fühlen, sondern sie werden das aufnehmen. Aufnehmen und entweder es kommt eine Antwort von ihnen oder es kommt keine Antwort von ihnen. Das Wichtige ist, dass du selbst rausgelassen hast, was du sonst unterdrückt hättest. Das heißt, erste Lektion, Verantwortung für alles übernehmen. Was automatisch dazu führt, dass du in der Hinsicht andere nicht mehr beschuldigst. Das heißt, du kannst deine Emotionen und das, was in dir ist, auch freier herauslassen. Und wirklich sagen, was du fühlst, ohne da dein Ego mit einzuschalten und andere herauszufordern dabei. Die anderen werden das merken, wie du das sagst. Es wird nicht immer klappen. Wie gesagt, sich auch nicht dafür fertig machen, wenn man mal wirklich aus der Haut fährt und mal wieder total ausrastet und andere wirklich beschuldigt. Es erkennen, auch im Nachhinein erkennen und dann weitermachen. Es wie eine Wolke vorbeiziehen lassen. Und dann sieht man irgendwann wieder blauen Himmel. Diese zwei Tipps dazu halte ich für sehr wichtig, um glücklicher zu werden, um mit anderen Menschen auf einer tieferen Ebene auch sich zu verbinden. Gerade auch in Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Sehr, sehr wichtig. Und das dazu bei 36 Grad. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.